so schaut mal ich bin jetzt hier bei einem ganz tollen aussichtspunkt das muss ich euch mal zeigen hier gibt es auch den wanderweg karlsruher grad der ist auch sehr beliebt auf jeden fall hat man hier eine fantastische aussicht allerdings ist es jetzt ein bisschen dunkel und stark bewölkt und da hinten ich weiß nicht es sieht so ein bisschen aus als würde es regnen aber die aussicht ist fantastisch allerdings muss ich hier aufpassen wo ich hier laufe hier ist es nämlich ganz schön felsig so 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 so